Liebe Schülerinnen und Schüler, ich bin Anja Markon, die Schulsozialarbeiterin von der AWO hier am IG. Wir begegnen uns immer wieder von der fünften Klasse bis zum Abitur. Bei Klassen, bei Schulprojekten oder auch wenn ihr mich hier besuchen kommt. Am Anfang eurer Schulkarriere hier starten wir mit euren Familien bei einem Geländespiel im Wald zum gegenseitigen kennenlernen und in der Klasse machen wir einen ganzen Klassenteamtag. Im Schülercafé könnt ihr eure Pausen verbringen, vormittags oder auch die große Mittagspause. Ihr könnt spielen, Billard lernen, Tisch kickern, quatschen, basteln oder einfach auch nur ausruhen. Außerdem gibt es hier mit dem Unterstufengremium der SMV Partys, Planspiele und Wettbewerbe für euch. In den Klassen machen wir vom Arbeitskreis Prävention organisierte Projekte, die Kinder und Jugendliche beschäftigen. Zum Beispiel Kids Online, Body and More oder auch Theaterprojekte mit der wilden Bühne. Hier in meinem Büro könnt ihr vorbeikommen, wenn ihr Sorgen oder Kummer habt. Zum Beispiel mit eurer Freundin, eurem Freund nicht mehr klarkommt, es Konflikte gibt, Probleme in der Klasse oder auch zu Hause. Ich suche mit euch zusammen nach Lösungen. Alles freiwillig, alles vertraulich. Und wenn ich selber nicht weiterhelfen kann, vermittle ich an Streitschlichter oder auch Beratungsstellen, die es hier gibt. Und noch was. Wenn ihr Ideen und Wünsche für Projekte in der Schule habt, unterstütze ich euch sehr gerne. Bin bei der Planung und Durchführung mit dabei. Ich freue mich auf euch.